Das sind ruhig, das sind Rage Ey, Freund, Freund aufm Nameboard-Support Mir kam so einer, der hat sich darüber beschwert, dass er wenig FPS hat Irgendwann hat der andere Supporter, der noch mit drin war Hat so gefragt, ja, wie viel FPS hast du denn? Ja, ich hab nur 600 Der hätte ich so eine Schelle geben können 70, 80, 80 Ja, du rennerst Ja, du rennerst ja auch Du rennerst da alles Ich nenne das Video Jona rennert ein Bild in Aufnahme So heißt das Video jetzt So heißt das Video jetzt Bin Abonnent Ihr müsst schon lange mal hoch, ne? Ja, ich hab auch 40 Bronze Weißt du, Listen ist vierter und ich geh aber schon vorhin hoch Rage Quittet in Aufnahme Digga, jetzt haben wir Jetzt haben wir zwei Titel, was machen wir nun? Ne, 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 kill den nicht Kill den nicht, kill den nicht Ey! Was für ein Arschloch, Mann! Was für ein Arschloch? Arschloch in der Runde? Mann, Alter, jetzt verdienen wir Die, 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 die Das liefer unter dir ein Block Mal Unter dir An der Pilser mal aufhören und die ganz kleine B Hehehe Das ist noch nicht mal 169 Mann Digga Digga Ich hab doch gesagt, baut euch hoch Das wär ja zu Das war richtig gut Fail in der Aufnahme mit Aufnahme. Respecs. Lass uns auf was warst du eigentlich schon? Auf mich. Er hat mich in der Luft getroffen. Digga, ich bin einmal zurückgelegt, er hat mich einmal getroffen. Lass uns nur am Stil. Lass uns die blüte Bett.